Das Spiel ist vorbei! Deutschland ist Basketballball-Fastra! Deutschland steht jetzt für immer auf dem Pokal drauf. Das ist Wahnsinn. Was für ein unfassbares Basketballspiel! Was für ein Turnier! Ich will nichts mehr über meinen Namen hören. Da ist uns. Stoff weg! Lässt sein Gegner fallen! Nein! Und jetzt kann Quanz Wagen attackieren gegen Jim Jackson Jr. Hey, let's go! Was ist der? Das ist hier auch ein emotionaler Test für die deutsche Mannschaft. Hey, hey, hey! Ströder mit Tempo! Kloserwein geht's first! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Jetzt sind wir hier beim Goethe holen! Great show! Alle Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft live!